Auch heute fragen wir uns wieder, was sagt denn die Bibel selbst, was sagt denn die Apostelgeschichte, die von den Anfängen der christlichen Kirche, der christlichen Gemeinschaft, der christlichen Gemeinde berichtet, was sagt die denn, wie Gemeinde sein soll? Weil das ist ja unser Vorbild so. Wir sagen ja, okay, wir wollen Gemeinde so leben, wir wollen die Werte, die Gott den ersten Aposteln, der ersten Gemeinde einfach gegeben hat, wir wollen die auch im Hier und Jetzt, in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserer Situation verinnerlichen und einfach leben. Und heute habe ich einen Text aus der frühen Kirchengeschichte, aus der frühen Gemeinde ausgesucht, der so ein bisschen unheimlich ist. Hananias und Saphira betrügen Gott und werden dann daran auch sterben. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Saphira ein Grundstück. Hananias beschloss heimlich, einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Also man muss wissen, damals hat die Gemeinde, die ersten Christen haben zusammengelebt, wie eine Familie. Und sie haben einfach Geld in einen großen Topf geworfen und aus diesem großen Topf, da hat man einfach die Notleidenden und die armen Leute, die wirklich Bedürfnis und die einfach Not hatten, die hat man versorgt. Dadurch mit dem Geld und Hananias und Saphira machen dort augenscheinlich mit. Nichts, aber nicht so richtig. Sie haben etwas verkauft, haben gesagt, hier, das ist der gesamte Preis, was wir bekommen haben für das Feld, was aber gar nicht gestimmt hat. Sie haben einen Teil für sich behalten und einen Teil haben sie Petrus oder der ersten Gemeinde eben gegeben, was ja gar nicht schlimm ist, aber warum sagen sie es dann nicht so? Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war doch dein Eigentum und deine freie Entscheidung. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias Tod zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Ja, ich bin auch entsetzt und vielleicht bist du auch entsetzt. Nach einer Lüge stirbt dieser Mensch. Und später, so kann ich auch verraten, Saphira stirbt auch. Denn sie hat ja auch davon gewusst und mitgelogen. Ja, wie ist das jetzt bei uns? Müssen wir jetzt irgendwie Angst haben, dass, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Und eigentlich geht es mir gar nicht so gut, aber will das nicht verraten und antworte dann einfach mal, ja, mir geht es schon gut, passt schon, dass ich dann so zusammenbreche, weil ich nicht die Wahrheit geredet habe. Wenn mich einer in der Gemeinde oder in der christlichen Gruppe, in der Gemeinschaft fragt, wie es mir geht, dann ist ja offensichtlich nicht so. Denn ich denke, wir alle haben schon mal nicht die ganze Wahrheit gesagt. Auch in der Gemeinde oder der christlichen Gruppe. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Lügen ist blöd. Gott sagt schon in den Zehn Geboten, du sollst nicht lügen. Und Gott will von Anfang an klar machen, einfach, dass in seiner Gemeinde, in dem, was hier ganz neu passiert, ja, da soll ein heiliges Leben geführt werden. Wir sind heilig durch Jesus Christus. Wir sind es. Nicht irgendwie, weil wir gute Menschen sind, nicht weil wir nie einen Fehler machen, sondern wir sind darum heilig, so sagt es die Bibel, weil Jesus Christus seine Heiligkeit, seine Schuldlosigkeit, seine Gerechtigkeit auf uns gibt und uns etwas wegnimmt und das ist einfach die Schuld. Und die legt er auf sich selbst und stirbt daran am Kreuz, besiegt den Tod bei der Auferstehung. Aber seine Heiligkeit ist unsere Heiligkeit, die bekommen wir. Trotzdem werden wir aufgefordert, ein heiliges Leben zu führen. Bei all dem, was ich gesagt habe, frage ich mich, ist es denn wirklich hier der Punkt, den die Bibel oder den die Apostelgeschichte klar machen möchte? Beim Lesen dieses Textes und beim Nachdenken und Nachbeten dieses Textes, da fällt mir ein Wort ein. Ein Wort, was Jesus auch sehr häufig gebraucht hat und wo er die Pharisäer auch getadelt hat. Und das ist das Wort Heuchelei. Und da ist ganz schön klar geworden, in diesen Geschichten rund um die Pharisäer, Gott findet Heuchelei blöd. Und hier in dieser Geschichte über Hananias und Saphira, da steht unsichtbar ganz groß das Wort Heuchelei über diesen Text. Hananias hat gesagt, dass er etwas macht. Hat er gesagt, dass er etwas ist, was er eigentlich gar nicht war und was er auch gar nicht gemacht hat. Er hat seinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde etwas vorgeheuchelt. Er hätte es nicht machen müssen. Er hätte einfach sagen können, hier, ich habe es verkauft, ich habe dafür so und so viel Geld bekommen, ein bisschen Geld müssen wir für uns selber zurücklegen, warum auch immer. Und ein anderes Geld davon oder einen bestimmten Betrag davon, das geben wir in den großen Topf, wo wir uns kümmern um die Armen. Aber das hat er nicht gemacht. Warum hat er es nicht gemacht? Wir wissen es nicht. Vielleicht wollte er gut dastehen vor Petrus und den Aposteln. Vielleicht wollte er gut dastehen vor den anderen Leuten in der Gemeinde. Vielleicht wollte er gut dastehen vor Gott. Aber Gott kennt unser Herz. Und er liebt uns. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, Gott etwas vorzuheucheln. Etwas vor Gott oder den Menschen einfach zu sagen oder zu zeigen oder versuchen, irgendwie rüber zu kommen, wie wir eigentlich gar nicht sind. Und darum drehe ich das mal ein bisschen um. Wir sollen nicht heucheln, ja. Aber was sollen wir denn dann sein in der Gemeinde? Und was ist für uns ein ganz großer Wert? In Projekt K. Köhl für frei haben. Das ist einfach, wir wollen authentisch sein. Wir wollen echt sein. Wir wollen voreinander und vor Gott nichts vorheucheln. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen sagen, wenn wir Zweifel haben. Wir wollen sagen, wenn wir Probleme haben in unserem Leben. Wenn wir Probleme mit einer bestimmten Bibelstelle haben. Oder wenn wir Probleme mit Gott haben. Wir wollen ehrlich sein und sagen, wenn wir etwas nicht verstehen in unserem Leben. Warum das und jenes passiert ist und warum Gott vielleicht nichts gemacht hat oder nicht geholfen hat. Wir wollen nicht irgendwie sein, Halleluja, alles ist gut, alles ist super. Wir schweben auf Wolke sieben. Und wir sind ja so gute Menschen. Viel besser als die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Nein, wir haben auch Probleme. Und da wollen wir ehrlich dazu stehen. Wir glauben, dass nur dann einfach Gott uns in unserer Tiefe, in unseren Fragen, in unserer Trauer begegnen kann. Wenn wir eine Maske aufsetzen und sagen, so und so bin ich, ich bin doch so ein super toller Christ und Leute himmelt mich an. Was bringt das? Auf so eine Gruppe habe ich keinen Bock. Und auf so eine Gruppe hat auch Gott keinen Bock. Gott will, dass wir ehrlich sind und echt sind. Und ganz oft passiert Schuld darum, weil wir versuchen etwas zu sein, was wir nicht sind. Weil wir vorgeben wollen, dass wir so toll sind und so gut sind. Und letztendlich passiert ganz viel Schuld und Sünde im Untergrund. Nein, lasst uns gleich echt voreinander sein. Wie bei einem Arzt. Oder besser gesagt, wie bei einem Kranken, der zu einem Arzt geht. Der von seinen Symptomen redet. Und der Arzt kann ihm nur helfen, wenn er ehrlich ist und echt ist. Wenn der todkranke Mann zum Arzt kommt und sagt, ich bin doch super gesund und ich bin super sportlich. Und ich habe keine Schmerzen und mir geht es gut und alles ist super. Der Arzt, der kann nicht helfen. Darum, lasst uns einander nicht anlügen. Oder lasst uns in der Gemeinde, in unserer Gemeinschaft nichts vorheucheln. Und lasst uns auch vor Gott nichts vorheucheln. Auch nicht, dass wir selber einfach vor Gott was vorspielen und so tun, als wären wir Superchristen. Gott kennt unser Herz und Jesus hat es klar gemacht und diese Geschichte macht es auch klar. Heuchelei ist immer blöd. Und manche Leute sterben an ihrer Heuchelei. Sterben geistlich an ihrer Heuchelei. Oder wenn es hart auf hart kommt, sogar wirklich. Lasst uns echt sein vor Gott. Das ist etwas, was ich in dieser Geschichte sehe und lerne. Mein Name ist Stefan von Projekt K. Kirche für Freiham. Gott segne euch und bitte besucht uns auf www.kirchefürfreiham.de Und dann bitte besucht uns auf die Heuchelei.